Alita Hört, höret, edle Ritter und Kempen! Auf Wunsch seiner Majestät des Königs von Ort gebe ich hiermit bekannt. Der Tapferste von allen Rittern, dem es gelingt, in diesem Turnier sämtliche Herausforderer zu besiegen, gewinnt zum Ehebund die Hand der lieblichen Prinzessin Alita, der Tochter des Königs von Ort. Vater, ich bitte dich, du kannst doch nicht... Ich weiß schon, mein Kind, du hattest zu viele Freier, die Wahl wurde dir zu schwer. Jetzt werden wir es dem Willen Gottes überlassen, der der beste aller Ritter hier wird dein Gemahl. Vater, ich bitte mich. Nein, nein.